Ja! Wildgänse! Die Gänse kommen! Die Gänse kommen! Wir haben sie gehört! Sie mag dein Nest, Rocky! Wo willst du denn hin, du dummes Gänzchen? Papa, ich hole ihn! Alles in Ordnung, kleiner Flauschi? Hey, Flauschi ist ein toller Name für dich! Und jetzt huschlau, schnell zurück! Gut gemacht, Marshal! Marshal, du hast jetzt ein A, B, G, F! Einen was? Einen allerbesten Gänzchenfreund! Oh, entschuldige, Flauschi! Also, Flauschi, Zeit fürs Bett! Vielmehr das Nest! Schon gut, ich kann ja auch hier draußen bei euch schlafen! Aber nur dieses eine Mal! Hallo, Kätzchen! Bereit für eine kleine Bootsfahrt? Propeller! Hab ich dich! Jetzt fehlt nur noch ein Kätzchen! Katie! Da! Da ist es! Schnell hinterher! Es ist schon ganz schön weit oben! Dafür brauchen wir meine Leiter! Leiter ausfahren! Komm her, Kätzchen! Ich bring dich nach unten! Oh, es hat Angst! Wie kriegen wir es denn nur da runter? Die richtige Ausrüstung habe ich jedenfalls dabei! Oh, es sieht so aus, als müsste ich heute doch noch fliegen! Willst du etwa ganz da hoch fliegen? Ich schaff das schon! Ruff, ruff! Flügel! Diese Puten haben Flügel! Vorsichtig, Marschall! Ich kann fliegen! Ich fliege! Ich fliege! Da bin ich! Ich habe letzte Nacht geträumt, dass Katzen sprechen können! Echt schräg! Was ist das denn? Hä? Ist das Marschall? Mit meinen Flügeln? Und mit einem süßen, kleinen, kuscheligen Kätzchen! Toll! Fang auf, Katie! Ich hab dich! Ryder? Marschall! Du hast es geschafft! Du hast die Kätzchen gerettet! Und das Kätzchen sagt Dankeschön! Naja, wer mich braucht, macht einfach nur Miau! Du hast die Zentrale während unserer Abwesenheit wirklich super bewacht! Bist so ein braver Hund! Leiter hoch! Oh! Katzi? Henrietta? Ich werde euch retten! Ich bring euch sicher runter! Hallo, Henrietta! Aufwachen! Ich bring euch jetzt runter! Oh! Oh! Oh, Katzi! Hör auf! Ich seh nichts mehr! Wow! Wow! Oh nein! Cool! Alle Leute hierher! Nein, dorthin! Nein, Moment mal! Kommt da weg! Da wart ihr doch schon! Keine Angst, Marschall! Ich komme zu dir! Katzi, wie steuert man dieses verrückte Ding? Das weiß ich nicht! Ich wasche eigentlich nur Tiere in der Badewanne! Henrietta, kannst du mir vielleicht helfen? Dann muss ich das irgendwie ohne Hilfe schaffen! Oh, eine riesengroße Rocky-Schnauze! Wow! Ein riesengroßes Sky-Auge! Wow! Oh, ein riesengroßer Sumer-Mund! Oh, das gibt's doch nicht! Das bin ja ich in riesengroß! Mh! Wow! 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 Oh nein! Henrietta! Netz! Oh, Henrietta! Was ein Glück, dir ist nichts passiert! Der Abenteuer-Buchttag ist gerettet! Hallo! Er ist noch nicht ganz gerettet! Wir hängen fest! Hat sie lastig Quatsch! Ryder! Irgendjemand muss die beiden retten! Wir brauchen Sky! So, die Fahrpatrone ist fest! Du kannst jetzt losfliegen! Wir sehen uns auf der Parade! Sky? Ja, Ryder! Ich hör dich! Rocky und ich haben's geschafft! Ich kann was an den Himmel malen! Tut mir leid, Sky! Aber das muss warten! Ich brauch dich! Du musst Katzi und Marshall aus der fliegenden Wanne retten, bevor sie runterfällt! Beeil dich! Alles klar! Ich heb jetzt ab! Sky! Marshall! Tu, bin ich froh, dich zu sehen! Halt dich fest! Mach ich! Ohne Pfoten! Oh! Oh! Ja! Ihr seid wieder unten, genau auf meiner Fläche gelandet! Das sollte dir gegen Gehitze helfen! Gut gespuckt! Der Kleine hat Zielwasser getrunken! Achte darauf, dass die Rinne schön breit wird, Rubble! Der Kleine braucht viel Platz! Packen wir's an! Bin gleich fertig, Ryder! Die Flut ist fast da! Das Wasser müsste reichen, um das Walbaby rauszuschwemmen! Ich muss nur noch schnell den Damm wegbaggern! Rass! Hoffentlich klappt es! Da kommt das Wasser! Komm schon! Höher! Höher! Ah! Los doch, Wasser! Höher! Ich befürchte ernsthaft, höher wird das Wasser nicht mehr steigen! Vielleicht kriegen wir den kleinen Wal ins Wasser, wenn wir kräftig schieben! Sind alle bereit? Eins, zwei, drei, schieben! Ähm, äh, 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 äh! Äh, äh! Gesundheit! Äh, Entschuldigung, besteht eventuell die Möglichkeit, dass die Paw Patrol mich von hier runterholt! Hey, das klingt nach noch einem Wal Gut möglich, Wale verständigen sich über ihre Gesänge Es ist ein anderer Wal Ich wette, das ist die Mutter Sie schwimmt direkt auf uns zu Gute Nachrichten, deine Mama kommt Das sehe ich anders Wenn Mama Wal zu nah heranschwimmt, strandet sie womöglich auch Zwei gestrandete Wale wären zwei Wale zu viel Captain Turbett, sind Wale nicht sehr geräuschempfindlich? Oh ja, eine ausgewachsene Kakophonie Ich meine, ausgewachsener Lärm schreckt sie ab Dann müssen wir mächtig Radau veranstalten, um seine Mama aufzuhalten Du solltest dir lieber die Ohren zuhalten Jetzt wird's laut Sie wird langsamer Gut, aber besser wäre es, wenn sie umdreht Marshall, geht es noch etwas lauter? Au, 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 au Ja, sie schwimmt weg Hey, mein Mittagessen Nichts passiert Also ich finde, er hüpft jetzt schon ziemlich gut Oh, au, au Dem Frosch hinterher Werkzeugarm einklappen Gut gemacht, Rocky Oh, au, au Marsha, könntest du mit Smiley vielleicht woanders üben? Komm Smiley, gehen wir Hört er auf dich? Eher nicht Er hüpft zum Fahrstuhl Smiley, halt! Nichts passiert Nichts passiert Stopp dich Gut, das war der erste Versuch Aber jetzt Diesmal krieg ich dich Du kannst besser hüpfen, als dich verstecken Ähm, verstecken bist du aber auch gut Smiley Smiley Diesmal entwischst du mir nicht Ausgedrückst mit Leckerlis Nein, Smiley, nicht die Rutsche runter Smiley Los, 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 los. Paw Patrol! Rorschot! Ups. Ryder, wir haben da ein Problem. Keine Sorge, Rubble. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Paw Patrol in die Zentrale. Ryder braucht uns. Danke fürs Mitten im Rubble. Gern geschehen, Marshal. Da ist er schon. Aufsendung in 3, 2... Guten Morgen, Adventure Bay. Heute wird Marshal, der Feuerwehrhund, versuchen, den Rettungsparcours so schnell zu absolvieren, wie noch kein Feuerwehrhund vor ihm. Mein Bestes geben und den Rekord vergessen. In weniger als 10 Minuten wird er die Glocke der Rathausuhr läuten und dann ist er der schnellste Feuerwehrhund aller Zeiten. Achtung, fertig. Oh, oh, alles gut. Er liegt wirklich gut in der Zeit. Wie lieg ich in der Zeit? Ziemlich gut, Marshal. Du hast noch 6 Minuten. Das Feuer ist so gut wie aus. Wasserschlauch. Wuff. Wasser, Marsch. Wuff. Ich hab's geschafft. Wuff. Jetzt nur noch schnell zum Rathaus und die Glocke läuten. Mein Bestes geben und den Rekord vergessen. Oh nein. Feuer, das haben wir gleich. Wuff. Wasser, Marsch. Wuff. Grundgütiger. Fast wäre der Turm abgebrannt. Super gemacht, Marsch. Danke. Tja, aber den Rekord kann ich jetzt wohl vergessen, oder? Du hast noch 30 Sekunden. Gib dein Bestes. Ja, versuch's einfach. Wuff. Mein Bestes geben und den Rekord vergessen. Wuff. Marsch macht's. Leiter hoch. Wuff. 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 Hallo, Katzi. Ich bin's, Marsch. Ich bring dich jetzt wieder nach unten. Komm schon. Los, rutsch einfach zu mir rüber. Ich fang dich auf. Ich hab Rettungseinsatz gespielt, aber das war nicht so spannend wie das hier. Noch ein Stück? Komm schon. Hey. Was ist das denn? Huch. Es ist auf einmal so dunkel. Oh, 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 oh. Ei, au, 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 ei, au, 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 au. Oh, oh. Katzi lässt sich von mir nicht helfen. Sie hat zu große Angst, um sich helfen zu lassen. Wir müssen Katzi dazu bringen, übers Dach zu dir zu rutschen. Ich weiß, aber wie nur? Ryder, ich hab ne Idee. Sekunde, Alex. Wir überlegen gerade, wie wir Katzi vom Speicher runterbekommen. Ich glaub, ich weiß wie. Wenn wir bloß etwas hätten, um Katzi dazu zu bringen, runterzurutschen. Bäuerin Yumi, haben Sie eine Idee? Hm, nein, leider nicht, Ryder. Henrietta, Kulinda, fällt euch was ein? Ich weiß was, ich weiß was, ich weiß wirklich was. Und ich glaube, das ist gut. Das ist Katzis Lieblingsspiel, Maus. Damit könnte Marshall Katzi bestimmt anlocken. Sehr gute Idee, Alex. Marshall, versuch Katzi mit ihrem Spielzeug anzulocken. Alles klar. Marshall macht's. Wie geht's? Schreck nach Katze. Katzi? Katzi? Rutsch einfach zu mir runter. Ich fang dich auf. Und dann geb ich dir das hier. Komm her. Los, hol dir das kleine Mäuschen. Marshall, du hast es geschafft. Ist alles in Ordnung? Es geht allen gut. Keiner ist verletzt. Dank Alex. Die Helfer auf ihr Pfoten sind die richtigen Retter. Ich hab nur geholfen. Tja, Katzi sieht das wohl etwas anders, Alex. Geh am Geschehen, Katzi. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Oder ihr ruft Alex. Wir beide sind jetzt im Pflück-Einsatz. Und was soll ich tun? Wir müssen einen Weg finden, die Äpfel möglichst schnell in die Scheune zu bekommen. Mal sehen, ob ich was ausbuddeln kann. Was kann ich tun? Sieh nach, wo Hilfe gebraucht wird und spring ein, Chase. Ich könnte die Äpfel in die Scheune bringen. Lass nur, ich mach das schon. Oder auch nicht. Lass uns den großen nehmen. Okay. Hey Sky, braucht ihr beide vielleicht... Hilfe! Ich bin hier nur im Weg. Vielleicht kann ich mich woanders nützlich machen. Eine alte Dachrinne. Perfekt. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Wuff! Hier kommt Rubble. Rucki, zucki. Die Paw Patrol ist einsatzbereit. Zum Kürbis rollen. Ich muss doch irgendwie helfen können. Marschel, die Kürbisse! Hm? Ah! Oh! Oh! Nein! Marschel, pass auf! Oh-oh. Marschel, alles in Ordnung? Nichts passiert. Ich hab dich gefunden. Das habe ich zumindest gedacht. Flugdrohnen-Monitor. Flugdrohnen-Monitor. Flugdrohnen-Los. Was summt denn hier so komisch? Immer diese blöden Mücken. Gute Arbeit, Flugdrohne. Ryder, ich hab ihn gefunden. Gut gemacht, Chase. Da bist du ja, Häschenfreund. Ist das dein Zuhause? Oh! Du hast ja Kinder. Oh! Nicht, bleib hier! Oh! Oh! Alles in Ordnung bei euch? Oh nein, ihr seid gefangen. Augenblick. Ich schaff das nicht allein. Ryder, hier spricht Marschel. Ich brauche dich und die Paw Patrol. Und zwar schnell. Schon da, Marschel. Chase, was machst du denn hier? Alle sind auf der Suche nach dir, Marschel. Sicherungsleine einziel. Ryder, Rubble, ihr kommt gerade rechtzeitig. Ein Baum wurde vom Blitz getroffen und ist auf einen Häschenbau gestürzt. Eins der Häschen ist in den Wald gelaufen. Die anderen sitzen unter dem Baum fest. Chase, such das entlaufene Häschen. Rubble, hol deinen Baggerlader. Marschel, der Baumstamm schwelt noch. Du weißt, was du zu tun hast. Ich kann's kaum erwarten. Ruff, ruff. Wasserkanone. Gut gemacht, Marschel. Rubble, bitte heb den Baum jetzt an. Rubble, mach das Rucki-Zucki. Rucki-Zucki. Kommt her raus, Häschen. Euch kann nichts mehr passieren. Hä? Alles in Ordnung, Kleiner? Oh, oh. Wieso bist du denn weggelaufen, Marschel? Weil ich immer alles falsch mache. Sogar beim Volleyball spielen. Ich hab gehört, wie ihr mich alle ausgelacht habt. Nicht so. Quatsch. Wir meinten doch nicht dich, sondern den tollpatschigen Bösewicht bei Apollo, der Superfellfreund. Die Paw Patrol wäre doch ohne dich gar nicht die Paw Patrol, Marschel. Ja, 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 ja. Nein! Los, los. Los, los, los. Los, los, los. Los, los, los. Schlacht. Nummer vier. Portion. Ja. Nur, ja, ja. Tía está. Nur. Ja, ja. Ja. Oh, Chica-Latterchen, es ist schon Mittag. Höchste Zeit aufzuwachen. Oh, Ryder, danke, dass ihr gekommen seid. Kein Problem. Marshall, du fährst deine Leiter zum Glockenturm. Chase, du bereitest dein Netz vor. Aber seid leise. Nicht vergessen, leise sein. Verstanden. Uff. Leiter ausfahren. Netzkanone. Alles klar, Chase. Ich setz das Kleine jetzt in die Box. Schst, weck es nicht auf. Was? Megafon. Nicht aufwecken. Oh, oh. Es fluttert davon. Ups. Marshall, alles in Ordnung. Ich fange es ein. Netz. Das ging etwas daneben. Tut mir leid, Ryder. Es ist uns entwischt. Ich glaube, wir haben es geweckt. Nicht so schlimm, Fellfreunde. Wir finden es schon. Zumindest kann man die Glocke jetzt läuten. Großartig. Großartig. Ich liebe meine Glockenfernbedienungs-App. Diese alte Ruine sieht gruselig aus. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Warte. Das ist Marshalls-Helm, Mandy. Gib einfach laut. Gib einfach laut. Matteo. Das kam vom Dach. Wenn doch nur einer der Fellfreunde da raufkäme. Oh. Ihr meint ich, hä? Ich sehe Matteo nicht. Ich komme wieder runter. Er muss aber doch irgendwo da oben sein. Na gut. Ich sehe noch mal nach. Matteo. Gib einfach laut. Sei brav, Matteo. Lass dich einfach retten. Oh. Warte. Matteo. Und, Marshall? Hattest du Glück? Ich habe ihn gefunden, Ryder. Er ist gerade hier um die Ecke. Ein Ei. Oh. Jetzt weiß ich, wieso Matteo hierbleiben möchte. Zieh nur. Gib einfach laut. Was? Er ist eine Sie? Oh. 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 Oh, Marshall. Ich habe dich. Gut gefangen, Carlos. Alles in Ordnung, Ryder? Äh, ja, alles in Ordnung, aber ich könnte Hilfe brauchen. Ein klarer Fall für Chase. Schon gut. Keine große Sache. Ah. 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 Die Fahrt fängt bald an. Ah. Wir brauchen einen Flicken. Ah. Ah. Ich habe etwas Passendes in meinem Wagen. Wie sieht der Gaszylinder aus, Marshall? Wichtiger ist die Frage, wie er riecht. Ich rieche kein austretendes Gas. Lass uns den Brenner testen. Ah. 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 Ich bin bereit. Ah. Er läuft einwandfrei. Ah. 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 Das Stück von Sumas altem Surfsegel wird das Loch perfekt verschließen. Ah. Nichts verschwenden, wiederverwenden. Der Flicken passt perfekt, Rocky. Es hat geklappt. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich, also, ich meine, natürlich funktioniert es. Die Paw Patrol hat es ja repariert. Äh. Die anderen Heißluftballons sind schon fast bei Yumi. Wenn sie das Silo erreicht haben, beginnt die Wettfahrt. Wir sollten uns beeilen. Ich hole die Flugausrüstung. Dann geht es los. Es ist an der Zeit, meine Höhenangst zu überwinden. Ein für allemal. Ich werde in diesem albernen Ballon fliegen und die Wettfahrt gewinnen. Juhu. Belegt sich die Erde abwärts oder steige ich etwa in die Höhe? Der Ballon. Schnapp dir das Sein, Marsha. Die Bürgermeisterin, gut vorher hier geblieben. Oh. Marsha. Oh, Ryder. Die Instrumente sind ja toll. Lasst uns was spielen. Ja. Aber wir brauchen einen Sänger. Feldfreund Boogie. Gib wohl einen schönen Tag. Wer singt da? Wenn der Feldfreund steht. Das klingt ziemlich gut. Feldfreund Boogie. Das Ganze ist ein Platz. Es geht noch mehr. Es geht noch mehr. Yeah. Oh. Sing weiter, Marsha. Das klang toll. Ja, du solltest der Sänger unserer Band werden. Singen? Vor allen Leuten? Niemals. Das wäre mir viel zu peinlich. La, 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 la. Hey, Rubble. Wie wäre es mit dir? Würdest du in der Band singen? Ha. Na endlich frag mich jemand. Rubble rockt das Rucki-Zucki. Yeah. Ruh, ruh, ruh. Wuh. Ja, Rubble. Ja, das war die Paw Patrol. Wuhu. Feldfreunde, ihr werdet der Hit beim Talentwettbewerb. Mit dir. Komm her. Ich brauche hier oben deine Hilfe. Nein, ich wäre dir keine Hilfe. Aber wir sind die Paw Patrol Band. Na gut, ich versuch's. Haut rein. Ich buddle gern und mach auf Quatsch. Und wälz mich wirklich gern im Matsch. Dein Solo, Marsha. Aber, 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 ich, äh, ich muss weg. Was hast du? Ich hätte nicht versuchen sollen mitzusingen. Äh, äh, oh. Ups. Tut mir leid, Chase. Ich hole die Trommel zurück. Hallo, El. Hallo, Ryder. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe den Kartoffelacker umgegraben und dabei aus Versehen die Wasserleitung getroffen. Verstanden. Dreh den Haupthahn zu. Wir sind schon unterwegs. Ha, ha, ha. Marley sagt, beeilt euch. Ich hab Durst. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Paw Patrol in die Zentrale. Ryder braucht uns. Oh. 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 Ich dachte wir. Hauen mal auf die Pauke. Oh. 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 Komm schon, Chase. Lass uns rutschen. Aber Marshall, wir waren doch vor fünf Minuten auf der Rutsche. Ach ja. Ähm. Lass uns. Stimmt was nicht, Marshall? Hehe. Was denn? Wieso? Es ist ja nicht so, dass ich ein großes Geheimnis hätte, dass ich nicht ausplaudern dürfe. Hehe. Nichts passiert. Hahaha. Oh. Ziemlich windig. Vielleicht sollten wir Ryder und die anderen suchen. Nein. Nein. Ich meine, äh, es ist doch schön hier draußen. Oh. 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 Es ist auch schön windig. Hä? Was ist denn nun los? In der ganzen Straße brennt kein Licht mehr. Was ist passiert, Ryder? Hm. Es ist auch windig genug für die Windkrafträder. Vielleicht ist ja eins der Räder ausgefallen. Ausgefallen? Wenn die Lichter in der ganzen Straße aus sind, ist wahrscheinlich eins der Windkrafträder ausgefallen Das ist schrecklich, ohne Strom funktioniert mein elektrischer Mixer nicht Und dann haben wir auch keine Musik Und kein Licht Und auch keine Überraschungsparty für Chase Keine Party Von wegen, die Party für Chase findet auf jeden Fall statt Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein Paw Patrol in die Zentrale Ryder braucht uns Ein Notfall Ich wette, es hat etwas mit diesem heftigen Wind zu tun Komm schnell Jetzt pass mal auf Ich bin endlich mal der Erste im Fahrstuhl Marshal, warte Der Strom ist weg, das heißt Das hab ich gemeint Ohne Strom öffnen sich die Türen zur Zentrale nicht mehr automatisch Ich sag's lieber den anderen Äh, Freunde, die Türen funktionieren nicht Aber unsere Ausrüstung ist da drin Keine Sorge, wir kommen schon rein Rocky, Schraubenzieher bitte Schraubenzieher kommt Du schaffst das, Ryder Offen Dann los, Fellfreunde, holt eure Ausrüstung Marshal, ich muss nach oben, um zu sehen, was mit dem Windkraftrad los ist Holst du bitte deinen Wagen? Wird gemacht Sei vorsichtig, Ryder Bin ich, Marshal Ein Rotorblatt ist abgebrochen Deswegen haben wir keinen Strom Ja, wer ist es? Begrüßen Sie die Paw Patrol Sie wird für Sie auftreten Ja? Meine Damen und Herren Marshal, der meisterhafte Clown Vielen Dank, Herrschaft Ihr alle habt Talente, die zirkusreif sind Wir machen das Jede Wette Ich häng dabei Alles klar Paw Patrol, wir machen Zirkus Ja! Meine Damen und Herren Ich habe heute eine ganz besondere Überraschung für Sie Einen Gastzirkusdirektor Vielen Dank, Raimundo Sie sind Gäste einer ganz außergewöhnlichen Vorstellung Eines Fellfreunde-Zirkus-Spektakels Ruff, Flügel Diese Kunde haben Flügel Juhu Wow Und jetzt ohne Flügel Mein Haus, mein Haus Es brennt, es brennt Ich mach das schon Wasserkanone Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Äh-ha Fantastisch Yippee-i-yayah Und nun, das grande Finale! Tada! Ah! Tünschen Fellfreund Boogie! Und Achtung, Schwanzwirbel! Ryder, hier spricht Katie! Hallo Marshall! Oh, hallo Katie! Alles in Ordnung? Mir geht's gut! Alles bestens! Ist Ryder in der Nähe? Es ist ein Notfall! Ryder ist mit den anderen Fellfreunden zum Fallschirmtraining gefahren und ich bewache solange die Zentrale! Oh, verstehe! Und wann kommen Sie zurück? Das dauert noch, aber keine Sorge! Ich helf dir! Danke, Marshall! Mir sind ein paar Kätzchen ausgerissen! Sie laufen jetzt allein durch Adventure Bay! Kein Job ist zu groß! Kein Hund zu klein! Selbst wenn es nur ein Fellfreund ist! Herpatrol! In die Zentrale! Juhu! Ja, so ist es gut! Fertig! Wuff, wuff! Endlich bin ich mal der Erste! Und gleichzeitig der Letzte! Was soll's! Die Paw Patrol meldet sich hiermit zum Dienst! Danke, das ging schnell, Marshall! Gern geschehen, Ryder! Wuff, wuff! Katie hat einen Notfall und braucht dringend die Paw Patrol! Oh nein! Wo sind sie denn hin? Ich brauche, äh... Marshall, du wirst Katie mit deiner Leiter und der gesamten Paw Patrol Ausrüstung zu Hilfe eilen! Ich kann's kaum erwarten! Paw Patrol! Der Einsatz läuft! Paw Patrol! Los! 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 Wo ist die Ausrüstung? Ich... Oh! Oh, da ist sie ja. Marshal! Paw Patrol! Rubble! Faster! Paw Patrol! Paw Patrol! Danke, dass ihr gekommen seid. Die Kohle liegt überall herum. Wir müssen sie löschen, bevor wir mit dem Maisfest beginnen. Keine Sorge. Marshall macht das. Genau. Wasserkanone. Hä? Oh. Hey, ich mag Popcorn im Mund. Nicht auf meiner Nase. Viel besser. Popcorn? Das sollten wir uns genauer ansehen. Wow. Die Kohlen haben die Maiskolben von unten so stark erhitzt, dass sie zu Popcorn werden. Das ist nicht gut. Marshall, kühl sie ab. Wird erledigt. Wasser, marsch. Sehr gut. Oh oh. Noch mehr Popcorn. Da drüben auch. Freunde, zu Hilfe. Puh. Ich stecke bis über beide Ohren in Popcorn. Wollen wir später nicht ins Kino gehen? Chikaletta. Chikaletta. Oh Ryder. Chikaletta hat sich im Maislabyrinth verlaufen. Ihr müsst sie finden. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Wir werden sie finden. Chase hier. Chase. Chikaletta hat sich im Maislabyrinth verirrt. Bitte such mit deiner Flugdrohne und deiner Wärmebildbrille nach ihr, bevor sie noch im Popcorn verschwindet. Popcorn? Du wirst es verstehen, wenn du hier bist. Ein klarer Fall für Chase. Wuh. Wuh. Au. Au. Wuh. Au. Dieser Popcornberg qualmt immer noch. Es müssen noch glühende Kohlen darunter liegen. Aus dem Weg, bitte. Danke, Robbe. So viel Popcorn hätte ich niemals essen können ohne einen Film. Oder zwei. Da ist sie ja. Wuff, wuff. Löschen. Wuff, wuff, wuff. Oh, was war das? Oh, meine Hundemarke. Hm, und wohin jetzt? Jake! Vielleicht bin ich falsch abgebogen. Was ist, wenn ich mich verlaufen habe? Marshall. Oh, 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 oh. Ryder. Du hast doch keine Angst, oder? Nein, ich habe in einer dunklen Höhle keine Angst, wenn ihr dabei seid. Na, kommt, Freunde. Jake braucht uns. Oh, 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 oh. Die Helfer auf ihr Pfoten. Wir kommen um. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nichts passiert. Marshal, bitte mach ein Röntgenbild von Jakes Fuß, damit wir wissen, ob er gebrochen ist. Worauf wartest du? Röntgenbild! Es ist kein Bruch zu erkennen. Der Fuß ist nur verstaucht, Jake. Dann hatte ich ja Glück. Marshal kann dir den Fuß verbinden. Ja, Verband kommt sofort. Sieht gut aus. Kannst du mit dem Fuß auftreten? Keine Ahnung. Au! Nein, auf keinen Fall. Marshal! Wuff! Krücke! Versuch's mal damit. Vielen Dank, Marshal. Kein Problem. Also dann, Freunde, bringen wir Jake sicher hier raus. Ich geh vor. Wuff! 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 Wir haben es geschafft. Wuff! 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 Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Ryder. Kein Problem. Marshall! Wuff! Leiter ausfahren! Wuff! Wuff! Hallo, Alex. Jetzt kannst du runterkommen. Nein, ich kann nicht runter. Aber wieso nicht? Ich hab irgendwie Angst. Kein Problem. Viele Leute haben irgendwie Angst vor Leitern. Doch nicht vor der Leiter. Ich hab Angst vor dem Zahnarzt. Hä? Es gibt keinen Grund, wieso Alex Angst haben müsste. Stimmt's, Chase? Äh, das stimmt. Komm runter, Marshal. Ich komme. Oh! Oh! Danke sehr. Hahaha. Hahaha. Hallo, Alex. Bereit für den Zahnarztbesuch? Chase will dich mit Blaulicht und Sirene hinfahren. Echt? Cool. Ich fahre mit Chase. Aber nicht zum Zahnarzt. Hast du etwa ein bisschen Angst? Nein. Ich hab eine riesen Angst. Das macht nichts. Jeder hat vor irgendetwas Angst. Du und die Paw Patrol aber nicht. Doch natürlich haben wir das. Ich hab's. Alex, wenn ich meine Fellfreunde dazu bringe, Sachen zu machen, vor denen sie Angst haben, gehst du dann zum Zahnarzt? Hm. Naja. Ich würd schon gern wissen, wovor die Fellfreunde Angst haben. Ich rufe alle zusammen. Und du machst dich für den Zahnarzt fertig. Mhm. Also gut, Fellfreunde. Wir müssen Alex helfen, seine Angst vorm Zahnarzt zu überwinden. Wie denn? Ich möchte, dass jeder eine Sache macht, vor der er Angst hat. Wer möchte anfangen? Hm. Äh. Na ja. Ähm. Ähm. Tja. Schon gut. Ich fang an. Bei der Paw Patrol mache ich gefährliche Sachen. Ich hänge an Skys Hubschrauber oder klettere Eiswände hoch. Aber wisst ihr, was mir Albträume verursacht? Nein. Was? Mr. Porter, etwas Rosenkohl bitte. Kommt sofort, Ryder. Hier, der Rosenkohl. Danke. Sehr nett. Siehst du, das war gar nicht so schlimm. Netter Versuch, aber nicht überzeugend. Hm. Es war ein Versuch wert. Denn obwohl ich Angst hatte, ist mir nichts passiert. Rocky, wovor hast du Angst? Ähm. Naja. Äh. Wasser. Mach schon, Marshall. Wie du willst. Schlauch. Bereit, Rocky? Bereit. Ist das das? Pui. Jetzt hab ich diesen nasser Hundgeruch. Puh. Puh. Hör doch. Das klingt nach Flauschi. Seht nur, da oben. Die Möwen wollen Flauschi das Essen wegnehmen. Das ist unfair. Ihr seid viel größer. Flauschi fliegt zu mir. Er kann nicht. Einer seiner Flügel hängt in dem Plastikmüll fest. Er fällt gleich hinunter. Marshall, schnell. Du musst Flauschi vom Dach holen. Ich kann's kaum erwarten. Das ist nicht euer Brot. Ich komme, Flauschi. Nein! Benutze deinen Helm. Gut gemacht. Toll gefangen, Marshall. So, jetzt befreien wir dich davon. Alles gut. Flauschi, da fliegt dein Schwarm. Jetzt musst du dich aber beeilen. Sei nicht traurig, Flauschi. Wenn ihr zurück nach Norden fliegt, sehen wir dich wieder. Und wenn ihr wieder gen Süden fliegt, siehst du uns wieder. Und wenn es wieder nach Norden geht... Ähm, Marshall. Es wird höchste Zeit für Flauschi. Also los, immer schön kräftig mit den Flügeln schlagen. Wiedersehen, Flauschi. Ich glaube, er möchte hier bleiben. Wenn er jetzt nicht losfliegt, holt er den Schwarm nicht mehr ein. Ein kleines Gänseküken gehört zu seiner Familie, Marshall. Was sollen wir tun? Ich weiß etwas. Versprich mir bitte, dass wir nicht zu hoch fliegen. Ich meine, nicht höher als meine Nase. Marshall, seit wann hast du Höhenangst? Du bist doch gerade erst auf das Dach des Bahnhofs geklettert. Also gut, ich tue es. Dann heben wir ab. Diese Höhe ist in Ordnung. Also, das reicht jetzt wirklich. Komm schon, Flauschi. Zeit zu fliegen. Flieg, flieg. Gut so, Flauschi. Du kannst es. Denk dran, Flauschi. Wenn du uns brauchst, dann schnatter ganz laut. Wie läuft die Suche? Wir schnüffeln jeden Baum ab. Hallo, kleiner Tut. Hast du möglicherweise in einer Baumhöhle eine alte Flasche gesehen? Der kleine Tut sagt da drin. Das übernehme ich. Leiter. Und los geht's. Ja, der kleine Tut hat recht. Ja. Danke, kleiner Tut. Wir besuchen dich bald wieder. Wiedersehen. Oh, oh, oh. Ich hab sie. Und du hast mich. Danke, Ryder. Gut gemacht, Marshall. Was ist drin? Was ist drin? Wenn das der dritte Teil der Karte ist, müsste er an den zweiten Teil passen. Schon verstanden, Ryder. Klebeband. Danke, Rocky. Jetzt ist die Karte komplett. Und ratet mal, was man hier sieht. Das Kreuz. Es markiert den Schatz. Juhu. Ich meine, arrr. Holen wir uns den großen Piraten, Schatz. Erst muss ich den Hinweis lesen. Vom Baum 20-Schritte gen Sonnenuntergang. Ob du's glaubst oder nicht, doch da geht es lang. Was bedeutet das? Also, die Sonne geht über dem Meer unter. Dann gehen wir 20 Schritte in diese Richtung. Und dort finden wir den Schatz. Gehen wir los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, kommt aber nicht. Nicht nach neun, sondern zehn. Wenn ich den zehnten Schritt gemacht hätte, wäre ich direkt ins Meer gefallen. Die Karte kann nicht stimmen. Oder der Pirat hat winzig kleine Schritte gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, wirftzehn, sechzehn, siebzehn, acht... Das war knapp. Entschuldige, ich habe beim Zählen die Augen zugemacht. Oh nein, bewegt euch bloß nicht, die Paw Patrol ist da, um euch zu retten. Aber Tante Bürgermeisterin, uns muss niemand retten. Uns gefällt's hier oben. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Oh, Ryder, Gott sei Dank seid ihr da, die Zwillinge haben ja solche Angst. Hahaha. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin, Marshall holt die beiden schon runter. Ruff, ruff. Leiter! Na, wer will mitfahren? Aufgepasst, Kinder! Wer von euch hat Lust auf eine Spritztour? Hey, Sie sehen! Oh, Vorsicht da unten! Hey, Marshall! Du bist runtergefallen! Nichts passiert. Oh. Ja, die Paw Patrol! Das wird ein Riesenspaß! Hoffentlich seid ihr beide nicht so enttäuscht, dass ihr den Tag nicht mit eurer Tante Bürgermeisterin verbringt. Lass! Juhu! Oh, alles klar. Ah, ah! Puh. Uh! Juhu! Ja, wie war's! Juhu! Hahaha. Juhu! Ja! Vielen Dank, Marshall. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Wir wollen noch mehr Spaß. Wie wäre es mit Verstecken spielen? Ja! Wir lieben Verstecken spielen. Niemand versteckt sich besser als ich. Gut, ich werde suchen. Versteckt euch. Bereit? Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Versteckt oder nicht? Ich komme! Oh, toll! Oh, toll! Wahnsinn! Und da ist Marshall. Gute Arbeit, Ryder. Ryder! Da! Der Geist! Oh! Das ist kein Geist! Das ist Marshall! Hallo! Erde an Marshall! Wo will er denn hin? Fellfreunde! Es sieht ganz so aus, als würde Marshall schlafwandeln. Beziehungsweise schlafskateboarden. Das ist gefährlich. Chase, hinterher! Wenn er wach ist, kann er das nicht so gut. Marshall! Ich bin's, Ryder. Wach auf! Chase! Die Sicherungsleine! Gute Idee! Sicherungsleine! Ich hab ihn! Wieder verloren! Zuma, ich brauch dich unten am Hafen. Keine Sorge, ich bin schon da! Wow! Tolles Manöver! Oh, oh! Na, der Traum war ja lustig. Ich wollte gerade... Auf einem Wald surfen! Oh! Zu Hilfe! Oh, oh! Nicht runter, Ballkumpel! Uh, uh! Rettungsring! Keine Angst, Marshall! Du bist wieder in Sicherheit! Und wach bist du auf! Äh, alles klar. Danke, Zuma! Oh! Nicht passiert! Ryder? Chase? Was ist denn los? Wir wissen jetzt, wer das Fellfreund-Boogie-Monster ist. Wer denn? Du! Du bist schlafgewandelt, Marshall! Schlafgewandelt? Kein Wunder, dass meine Beine morgens immer so müde sind! Keine Sorge, Marshall! Selbst wenn ein Paw Patrol Fellfreund uns braucht, gibt er einfach... Schmacken von sich! Nur laut! Also, ihr braven Fellfreunde, ab ins Körbchen mit euch und nicht schlafwandeln! Hat Rubble schon wieder einen Geist gefunden? Das ist ein Geist! Oder Rubble, der in der Geisterfalle sitzt. Es ist ein doppelter Leberwurst-Keks. Lecker! Auf der Leiter verbrennt man sich die Pfoten. Es ist wohl zu heiß für einen Rutschwettbewerb. Wartet mal kurz. Wozu habe ich das hier? Wasserrutschwettbewerb! Ich zue es! Whee! Tada! Salto-Fot-tastisch! Sky, jetzt kommt mein Pfotenklatscher mit Drehung! Whee! Juhu! Achtung, hier kommt Marshall! Und los geht's! Gefahr von oben! Tut mir leid. Ich dachte, die Rutsche wäre länger. Länger? Gute Idee! Ich glaube, da habe ich was. Perfekt! Nichts verschwenden, wiederverwenden! Marshall, Wassermarsch! Aus dem Weg! Superglitschig! Juhu! Hui! Juhu! Oh! Rubble! Alles in Ordnung? Noch mal! Ja, genau da. Nein, nicht da. Warte. Ja, genau da. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, hier spricht Captain Turbett. Ich habe ein riesiges, also ein großes Problem mit einem riesengroßen Wal. Oh nein, Captain Turbett steckt in einem Wal fest. Nein, Chase, ich stehe neben einem Baby-Wal. Er hat wohl Angst bekommen und ist an den Strand geschwommen. Oh oh, der kleine Wal ist einfach gestrandet? Ja, und es besteht die ernste Gefahr einer epidermalen Dehydration. Vereinfacht ausgedrückt droht er auszutrocknen. Wir können jede Hand brauchen. Alle Hände und alle Pfoten. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Paw Patrol in die Zentrale. Breda braucht uns. Wartet auf mich! Wo ist Marshall? Wartet auf mich! Geschafft! Marshall gibt wirklich alles. Gut gemacht! Ich glaube wirklich, dass Marshall den Pokal für den schnellsten Feuerwehrhund gewinnen kann. Ich übe ja auch schon die ganze Woche. Wasserschlauch! Wassermarsch! Geschafft! Nein! Vielleicht auch nicht. Keine Sorge, Marshall. Wir glauben an dich. Du schaffst mich an! Ja, Marshall! Danke, Fay, Freunde. Jetzt wird es knapp. Du musst dich beeilen, Marshall. Die nächste Aufgabe ist die Tierrettung. Jetzt kommt ein großer Aufdruck, Kaylee. Ich bin gleich bei dir, Kaylee. Leiter ausfahren. Oh nein! Ich habe drei Sprossen rausgebrochen. Gleich habe ich dich, Kaylee. Nur noch ein Stückchen. Tut mir leid, Kaylee. Das habe ich echt vermasselt. Alles in Ordnung, Marshall? So werde ich den Rekord des schnellsten Feuerwehrhundes nie brechen. Das Einzige, was bei mir bricht, sind Leitern. Sieht so aus, als könnte Marshall Hilfe brauchen. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Paw Patrol. In die Zentrale. Gehen wir. Los geht's. Wartet auf mich. Friday braucht... Alles gut. Deine Kürbisse esse ich auch am allerliebsten. Besonders als Kuchen. An die anderen Äste komme ich nicht ran. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Pass auf. Wartet nicht. Aber Marshall, der ist doch viel zu... Elastisch. Entschuldige, Bettina. Nicht passiert. Marshall. Alles in Ordnung, Marshall. Oh nein. Es tut mir leid. Ich räume alles wieder auf. Schon gut, Marshall. Mit Kürbispüree kann ich umgehen. Wie Bettina sich benimmt, macht mir Sorgen. Immer wenn sie unruhig wird, bekommen wir schlechtes Wetter. Und das ist nicht gut für die Äpfel. Ja, es wird Schnee geben. Ja, es wird Schnee geben. Die Kühe wissen sowas. Ein Schneesturm zieht auf? Aber es ist doch erst Herbst. Alle Früchte, die wir heute nicht ernten, werden erfrieren und können nicht verkauft werden. Oh, so ein Mist. Dann müssen wir alles geerntet haben, bevor der Sturm da ist. Das ist aber viel Pflückerei. Das schaffen wir drei unmöglich allein. Das ist ja fürchterlich. Ryder und die Paw Patrol könnten helfen. Ja, holen wir sie her. Ryder, was ist los, Fellfreunde? Jumi braucht dringend unsere Hilfe. Ein Schneesturm ist im Anmarsch. Die gesamte Ernte muss bis heute Abend eingebracht sein, sonst kann das Herbstfest nicht stattfinden. Keine Sorge, Freunde. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Ihre Obstlieferung ist in diesem Waggon. Wundervoll. Dieser Duft von Orangen und Mangos. Und Bananen. Wir laden alles in Ihren Lieferwagen um. Hier sind die Kisten. Schaufeln. Rubble macht das Rucki-Zucki. Vielen Dank, Marshall. Schicker Hut, Marshall. Bananenrettungsmission auf Bahnsteig 6. Ich wette, Mandy kann es kaum erwarten, wieder zurück in den Dschungel zu kommen. Oh je, die Waggon-Tür ist offen. Mandy, wo ist sie nur? Sie kann nicht weit sein. Der Zug ist gerade erst hier angekommen. Halt, mein Lieferwagen! Gib mir den Lieferwagen zurück! Und meine Bananen! Mandy kann hier doch nicht frei herumlaufen. Keine Sorge, wir fangen sie wieder ein. Paw Patrol in die Zentrale. Ryder braucht uns! Ja! Hyah! 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 Puzzle… Nichts passiert! Hyah! 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 Na, warte, ich krieg dich, Marsch, ey. Los, 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 schnell, schnell, hopp, hopp, hopp. Marsch liegt in Führung und wir erreichen die Zielscheibe. Wasserschlauch. Marsch, Wasser, Marsch. Das wollte ich nicht, Robby. Ist schon gut. Ich hab nichts gegen Wasser, wenn es nur nicht so nass wäre. Alex, übernimmt die Führung. Alex, was hast du denn da? Hallo, Opa. Guck mal, was ich mit Sachen aus dem Restaurant gebaut habe. Ein Super-Dreirad. Hier, mit Pizzabrettbremse. Toll. Und ich sehe eine Menge Klebeband. Wie du es mir gezeigt hast. Pass auf. Mein Super-Dreirad. So ein Mist. Jetzt musste ich alles wieder zusammenbauen. Alex, warte. Du kannst doch nicht einfach auf die Straße laufen, um deine Teile zusammenzusuchen. Jetzt hab ich kein Super-Dreirad mehr. Ich weiß, wer dir helfen kann. Hallo, hier spricht Ryder. Hallo, Ryder. Irgendwie ist es ein kleiner Notfall. Alex hat sich ein Super-Dreirad gebaut, aber es ist auseinandergefallen. Die Teile liegen auf der Straße. Oh je, dann war es also doch nicht so super. Er braucht Hilfe. Und du bist doch recht geschickt, was Fahrzeuge angeht. Wir sind schon unterwegs. Kein Job ist zu groß. Kein Hund zu klein. Paw Patrol in die Zentrale. Ryder braucht uns. Marshall, dein Schlauch. Ach ja. Ups. Das war das Bellen für Wassermarsch, nicht das für Schlauch-Einfahren. Marshall hat Angst vor dem Fliegen. Ist gar nicht so schlimm. Vorsicht. Adler, ich habe Angst vor Adlern. Und ich habe große Angst vor Fliegen. Cool. Fester Boden. Wow. Und ich dachte, die Paw Patrol hätte vor gar nichts Angst. Siehst du, jeder hat vor irgendetwas Angst. Aber manchmal muss man etwas tun, auch wenn man Angst davor hat. Wenn die Fellfreunde so mutig sind, bin ich es auch. Ich gehe zum Zahnarzt. Ja! Alex! Alex, würdest du einem letzten Fellfreund helfen, auch mutig zu sein? Wem? Hä? Chase. Er hat Angst vor dem Zahnarzt wie du. Ich muss doch nicht zum Zahnarzt. Siehst du, vielleicht kannst du Chase helfen. Wenn er sieht, wie mutig du bist, dann. Na klar kann ich das. Komm schon, Chase. Das ist nur ein Zahnarzt. Los, gehen wir gleichzeitig rein. Also gut. Gut gemacht, Alex. Oh! Die Zahnärztin war super nett. Sie hat mir eine Medaille und eine Zahnbürste geschenkt. Sie hat uns gezeigt, wie man sich richtig die Zähne putzt. Das stimmt. Sie hat mir den Zahn gezogen, aber er wird bald wieder nachwachsen. Seht ihr? Ich bin sehr stolz auf euch beide. Denkt immer daran, wenn ihr euch mal etwas nicht traut, geht einfach nur laut. Oder pfeifen. Hört mal, ich kann durch meine Zahnlücke pfeifen. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Entschuldigung, Frau Bürgermeisterin. Autschi. Ich mache einfach nichts richtig. Marsha, hast du Lust auf Volleyball, Kumpel? Ach, ich weiß nicht. Komm schon. Das macht Spaß. Na ja, also gut. Dann passt mal auf. Netter Schmetterball, Marsha. Oh nein. Tut mir leid, Fellfreunde. Ich hole ihn. Hey, Fellfreunde. Eine neue Folge von Apollo, der Superfellfreund geht gleich los. Es ist wieder Zeit für Apollo, der Superfellfreund. Ich habe den Ball, Freunde. Freunde? Unglaublich, was er da wieder gemacht hat. Der macht immer alles falsch. Das hat er nun, der Wunsch. Der kann echt nichts richtig machen. Es stimmt, ich kann nichts richtig machen. Vielleicht braucht die Paw Patrol eine Pause von mir. Mach's gut, Paw Patrol. Eine tolle Folge. Freunde, Marshal hat alles verpasst. Wo ist er überhaupt? Hier liegt nur noch dieser platte Volleyball. Wir müssen ihn suchen. Ich suche in der Zentrale. Ryder, hast du Marshall gesehen? Nein. Ist er verschwunden? Wir haben ihn nicht mehr gesehen, seit er den Volleyball wiederholen wollte. Sein Feuerwehrwagen ist weg. Marshall, hier spricht Ryder. Was hast du denn vor? Hallo Ryder, ich mache eine Paw Patrol Pause. Ich vermassel den Fellfreunden all ihre Spiele. Ich möchte niemandem mehr Probleme machen. Hä? Marshall, Ende. Marshall? Das stimmt was nicht. Marshall, glaubt ihr wollt ihn nicht mehr bei euch haben. Was? Das stimmt nicht. Wir müssen ihn finden und nach Hause holen. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Paw Patrol, in die Zentrale. Ryder braucht uns. Seht mal, mein Western-Tanz-Super-Dreher. Das war wirklich ein Super-Duper-Dreher. Geht's dir gut, Henrietta? Tut mir leid, ich muss noch ein bisschen an der Drehung arbeiten. Okay, immer ruhig mit den jungen Pferden. Ich meine natürlich Kühe. Oh, nein, nein, warte, kommt zurück! Fertig, 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 Kustig, komm zurück! Wow! Da! Ja! Und der Sieger ist? Eine Kuh? Hallo, hier ist Ryder. Hallo Ryder, hier ist Alfred vom Muku Milchhof. Ich brauche Hilfe. Es ist ein Notfall. Bauer Alfred, vermissen Sie zufällig eine Kuh? Ich vermisse eine ganze Herde. Meine allerbesten Milchkühe sind aus dem Güterwagen weggelaufen. Hä? Woher weißt du das? Eine ist hier gerade vorbeigerannt. Ich muss die Kühe wieder auf den Zug verladen, bevor er ohne uns losfährt. Kann die Paw Patrol mir helfen? Natürlich können wir das. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Und keine Muku zu schnell. Danke, Ryder. Elfriede, ich muss los. Paw Patrol zur Zentrale. Reiter auf uns! Ja! Aha! Dieses Mal bin ich nicht letzter. Seht ihr? Ich bin nicht letzter. Oh! 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 Okay, jetzt bin ich letzter. Smiley! Ich fürchte, so ein Hubschrauberflug macht einen Frosch ziemlich müde. Und der nächste Teilnehmer ist... Maschelsfrosch Smiley! Ja! Los Smiley! Los doch, Smiley! Du musst jetzt hüpfen! Wach auf! Es wird Zeit! Chase, Megafon! Megafon! Hup! Supersprung! Uh, das war wirklich weit. Und der Gewinner ist... Smiley! Ja! 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 Smiley hat gewonnen! Danke, Fellfreunde. Danke, Ryder. Der immer uns braucht, gibt einfach nur ein... Quarklaut von sich. Smiley, du hast gewonnen! Du kannst jetzt mit dem Hüpfen aufhören! Oh nein! Nicht schon wieder! Dem Frosch hinterher! Gut, Fellfreunde! Verteilen wir uns! Los geht's! Hallo! Oh, du willst ein Bettrennen? Los geht's! Flugdrohne! Hey, da oben ist etwas Rotes! Der höchste Baum im Dschungel ist ein tolles Versteck für einen kleinen Papagei! Leiter! Ich hab hier doch etwas Rotes gesehen! Oh, es ist nur eine rote Blüte! Uh! Äh! Mandy? Komm zurück! Das ist kein Papagei! Das ist kein Papagei! Das ist ein süßer Frosch! Da! Etwas Rotes! Marshall, vermisst du deinen Helm? Mandy hat ihn! Und jedes Mal, wenn ich versuche ihn ihr abzunehmen, steckt sie mir eine Banane in den Mund! Oh! Tisch, du! Ja! Fruchtsaft ist super lecker! Jetzt weiß ich, wie wir Alex die Bohnenranke wieder hochlocken können! Fellfreunde, wir brauchen Obst von Jumis Bauernhof! Für Fruchtsaft! Viel Obst! Rubble, Rocky, holt so viel ihr könnt! Rubble macht das rucki zucki! Grün heißt los! Wiedersehen! Marshall und Chase, wir brauchen den riesen Fruchtsaftbecher, der auf der Hauptstraße liegt! Ein klarer Fall für Chase! Hey, das ist Eigentum der Polizei! Meine Sirene klingt überhaupt nicht so, sondern ganz anders! Oh! Hey, warte doch! Ich hoffe, das funktioniert! Leg los, Marshall! Ein riesen Fruchtsaft, der kommt sofort! Puh! Saft Marsch! Oh, das ist die größte Fruchtsaftbestellung, die ich je hatte! Ich hatte zwölf Mixer im Einsatz! Saft aus! Skye, du bist dran! Diese Booten haben Flügel! Langsam, Riese Alex! Denk daran, das hier ist keine Modelleisenball! Tchuu, tchuu! Bist du immer noch durstig, Alex? Wie wäre es mit einem leckeren Fruchtsaft? Wow! Lecker! Warte doch! Fruchtsaft klingt supertoll! Ich möchte was davon! Nur einen klitzekleinen Schluck! Bitte! Es funktioniert! Warte! Schuss! Hier! Ganz geschafft! Sky, ich hoffe, es geht ihr gut. Entschuldigung, das war super lecker. Und Fellfreunde, danke, dass ihr mit mir gespielt habt. Das haben wir gern gemacht, Riese Alex. Und das nächste Mal, wenn du Durst hast, sag uns Bescheid. Wir bringen dir einen Fruchtsaft nach oben. Danke, Paw Patrol. Toll gemacht, Fellfreunde. Riese Alex ist wieder da, wo er hingehört. Hallo, Katie. Danke für deine Hilfe. Kein Problem, Marshal. Mit meiner Spezialseife können wir das Öl von dem kleinen Wal abwaschen. Und ich habe frisches Wasser. Ups, entschuldige, Kaylee. Je schneller wir das Leck verschließen, umso weniger Öl kann auslaufen. Und wir müssen unbedingt das Waljunge säubern. Haben Sie vielleicht irgendetwas, womit wir das Leck abdichten können, damit das Öl nicht weiter ausläuft, Kapitän? Wie wäre es damit? Ein Fender. Perfekt. Er passt. Jetzt kann kein Öl mehr auslaufen, bis das Leck in der Werft repariert worden ist. Danke, Ryder. Gern geschehen. Und jetzt wird es Zeit, das Waljunge sauber zu machen. Wissen Sie, wo es ist, Käpt'n? Nein, weiß ich nicht, Ryder. Aber es kann nicht weit sein. Wir müssen das Kleine an den Strand bringen, damit Marshal und Katie es säubern können. Haben Sie etwas dabei, um es anzulocken? Ich habe jede Menge Fisch an Bord. Toll. Zuma, dein Rettungsring. Wuh, wuh. Rettungsring. Käpt'n, wenn Sie den Rettungsring mit Fisch bestücken, folgt das Waljunge Zuma vielleicht in Richtung Strand. Gute Idee, Ryder. Ich glaube, es funktioniert. Komm mit und hol dir den Fisch. Katie, Marshal, es geht los. Heute ist riesengroßer Waschtag. Bin ich froh, dass ich meinen Schrubber mitgebracht habe. Keine Sorge, wir machen dich sauber und du bekommst Häppchen. Das ist nicht reizende Spezialseife, um das Öl abzubekommen. Keine Angst, es fühlt sich gut an. Das war der Letzte. Gut gemacht, Rubble. Jetzt können wir mit der Rettungsaktion anfangen. Sie haben es geschafft. Die Felsen sind geräumt. Ja. Ja. Gut, Fellfreunde. Lasst uns die beiden sicher nach unten bringen. Marshal, fahr deine Leiter aus und hilf ihnen runter. Mach ich. Leiter ausfahren. Meine Leiter ist zu kurz. Käpt'n, können Sie die Leiter erreichen? Wie dicht bin ich dran, Marshal? Fast geschafft. Ich glaube, ich stehe drauf. Oh. 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 Entschuldige, Marshal. Oh. Oh. Alles in Ordnung, Marshal? Nichts passiert. Aber Käpt'n Turbett und Francois sind immer noch da oben. Hilfe. Wir brauchen wohl Verstärkung. Sky, wir brauchen dein Gurtzeug. Diese Pfoten haben Flügel. Sagen wir einfach, wenn ich wieder unten bin. Sie sind wieder unten. Oh. Oh. So schlimm war es gar nicht. Hahaha. 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 Ich bin wieder vorn. Ja. Ich komme. Was? Alex, du fährst in die falsche Richtung. Moment. Ich fahr in die falsche Richtung. Oh, oh. Was ist denn da los? Hahaha. 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 Jetzt ist Marshal wieder auf dem richtigen Weg. Megafon. Achtung. Vorsichtig fahren. Das war toll. So viele Seifenblasen. Bis dann. Die Teilnehmer kommen auf die Zielgerade. Hahaha. Tschüss. Oh nein. Sky, der Ballon ist abgerissen. Du musst was tun. Bin schon unterwegs. Fellfreunde, zum Fußballplatz. Rainer braucht uns. Wer als Erster dort ist? Nach sowas. Wo sind die denn alle? Da vorne ist schon das Ziel. Schnappt sie euch und zieht. Bitte lasst uns sicher landen. Bitte, bitte, bitte. Wir sind unten. Sie können wieder hingucken. Oh, ja. Wir sind gerettet. Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017